Hallo Leute! Und herzlich willkommen zu meinem neuen Team Fortress. Ähm, ich spiele hier mit dem lieben Xeno-Youtube. Wie immer, da ist der Deikopter, den ich in der Beschreibung habe. Ja, diesmal spielen wir MVM auf irgendeinem Custom-Server. Ja, es können einfach mal die Schüler wissen was. Keine Ahnung, viele. So, ich hab... und ich hab irgendwas Lustiges gefunden. Das heißt, irgendwie der Oberer. Der, der bringt uns das kosmetisch. Oder, nee, du hast eine Brustel, das du magst, wie ich mich schüttel. Was bringt das? Keine Ahnung. Schlag mal mit. Das ist eine Waffe. Da haben wir eine Geste, mach mal Geste. Mal geht. Die, 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 die. Die Jakarta, kauf mal. Wui II. Los, fahr ich doch los! So, jetzt kann nicht respawnen noch, damit die Runde nicht beginnt. Doch, die beginnt. Los, dois. 20 WunderschMelne. So, ich bin vigor, sowas von... 로de... Weiß, was ist das denn? Sieht Nitig loht auf dem Boden! 5, 4, 3, 2, 1, ich habe mich wirklich nicht erwartet, denn da fliegt einer in der Luft. Da fliegt einer in der Luft. Ähm... Keine Ahnung. So, jetzt verlieh ich das mal aus. Lass doch mal das... Damit kann man sich heilen! Okay, dann kann man sich heilen. Du musst den ersten Punkt aufnehmen. Das ist... Ich weiß, dass ich überlege, glaubst du meine... Oh mein Gott! Ich mach's nicht, dass ich mir schade, meine Hälfte machen, meine Tänke. Ich aktiviere dir. Ich mach dir auch so einen Schaden. Soll ich meine Tänke ausprobieren? Ja, mach mal. Ich hab's nicht mehr schaden, ich hab's nicht mehr schaden, wie ich normalerweise. Ich würde mir den Tänke schützen nehmen. So, das ist der ehrlich. Ich hab' halt nicht genug rausgebracht, ich hab' nicht mehr Euro ausgewustet, der halt nicht pro Rechtskrieg 7 HP. Oh! Ohne Tänke! Ja, du? Ich hab' nicht genug leben können, dann mach' das richtig! Das klingt, das macht das klingt, das weich mehr. Ich will mich nicht mehr leben können, mit dem kritischen Rett Board, das ist eine kleine Schaden. Die T-Water sind nicht weg. Die Regner werden nicht der Renner nicht weg. Die T-Water sind ja nicht weg! Die schnappeln wir nicht weg. Die T-Water sind nicht weg. So!! Ich hab mich nicht. Und ich hab mich nicht damit. Ich hab dich nicht weg. Ich hab alles weg. Ja, das muss ich mal anfangen. Er ist gleich da. Er ist da. Er ist da. Ist nicht der Kloch? Ich glaube, ich habe ihn verloren. Jep! Ich so. Oh, leid, dass wir jetzt verloren haben. Ich glaube, ich nehme eine andere Klasse. Ich nehme aber den. Pyrrodemoman. Kann ich nicht wieder wieder hier sein? Nein! Dann kaufe ich mir mal Spruse. Was sind denn wegen so ein Tuck Tank? Ja, wahrscheinlich Explosion. Ja, klar. Aber was soll ich nehmen? Sticky Bombs oder den Vanamme? Ich würde sagen, Sticky Bombs, dann legst du die auch rein. Auf sein Weg. Ah, nehme ich den Sieger im Moment schon. Hier ist das ultratiefen Loch, das zeige ich euch mal. Ja, wir springen mal rein, das ist ganz toll. Das ist jetzt erstmal gesprungen. Ja, witzig. Also den Wiesmann. Das ist echt gesund darauf. Er ist echt gesund. Alter, was ist denn hier? Was ist denn bei mir in den Chips? Alter, das ist richtig gesund. Okay. So, jetzt muss ich den klären. Ja, jetzt. Schöne! Booster Pufferins! Booster Pufferins! Endlich trottet die E-Mail. BOOF! Ist man zwar ein bisschen aufgetankt, weil er kann es hier perfekt aussehen, wo noch... Probier's jetzt mal, wo geht der Kinschmer? Oh, der wieder Alarm hüftelt. Ich hab' einen Mann gleich. Oh nein! Ich hab' einen Mann gleich. Oder eines war's tot und ich schlag' schon die ganze auf. Ich bin in so ein bisschen Loch gefallen! Alter, was ist dein Ernst? Ich hab' vergessen, dass man nicht am Rand stehen bleibt, äh, wie sein Minecraft. So, der End, der End hängt oben. Der End ist voll fast hier. Alter, der Fake is halfway through! Also ich mach' einen Dumpel Schacht! Der End ist schwer! Ja! Alter, aber ich... Die haben eigentlich gut für ihr Leben, Mensch! Ich krieg's ja nicht tot! Und der Führer ist jetzt nochmal, ein bisschen mit Feuer! Und da ist der Stabflug. Er muss jetzt gleich überhören. Oh, oh, oh! Was bin ich? Oh, ich bin ein Beam-Solder! Ja, wir sind noch ein paar. Wir sind noch ein paar. Wir sind noch ein paar. Vielleicht ist der Dinger. Äh, der Dinger ist gleich da. Der Dinger ist gleich da. Der Dinger ist gleich da. Und der andere mit der Bosse. Und wo ist der Dinger? Der muss noch ein Dinger, 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 Dinger. Lied doch? Ja, leben wir. Wir leben noch! Okay, dann ist der Dinger. Der Dinger ist gleich da. Das ist noch ein Dinger ist. Oh, ich habe noch ein Dinger. Ich muss immer einen Dinger. Die Dinger ist vor allem. Okay, wir müssen die Dinger aufhören. Und dann gehen wir auch hier. Oh, das ist ein Dinger. Oh, ein Medik. Wir haben eine Medik. Das ist perfekt. die Rüge als Sprung ja wir haben den Medien und ich sehe auch jetzt mit Schädel und Leibers mit Goethe die Welt wieder auf die Karte dass ich werde gerade geheilt um da habe ich jetzt viel mehr FPS also ich sehe meine FPS gerade nicht, aber ich, ähm, vorne. Ich sehe, dass es nicht so krass leckt, weil vorher habe ich das mal aufprobiert mit diesen Fraps aufzunehmen und das ist nicht so krass geleckt. Ähm, das ist eigentlich auch kein Game, der jetzt macht ja gestartet. Ja doch, für Minecraft ist das gut, aber wir spielen ja hier jetzt nicht Minecraft. Das ist ja kein Kind. Ja, ich kann fast alles hin, dann stopp es. Ja, verstehe. Ja, okay, früher mit meiner alten Grafikkarte, mit der Read, den 5450HB, die ist sogar schlechter als die GTX 57 Ti, falls ihr euch da mehr auskennt. Verstehe. Warum musst du eigentlich auf diese Kiste her? Meinst du die hier? Ja, nein, du hast auf der drüben Kiste. Das ist dieses Eroberer-Kip. 4, 3, 2, 1. Ich kann ja nicht mal richtig, äh, überstehen, wenn ich das nicht fliege. Ja. Meinst du? Ich bin schon nicht gegangen. Ich versuche hier ein bisschen, die Roboterze nicht abzuhalten. Der ist nicht gut, Melik. Warum macht er keinen Schaden am Fank? Es gibt nichts, was dir Schaden machen kann. Ich habe vielleicht keine Huni denn, das ist ein Problem, was wir machen, wir machen hier so nicht. Och, really? Oh, der I-Heavy ist ja eigentlich, da ist ja nicht so schade, aber ja, der Käng ist echt gut. Ja, ich habe irgendwie Huni gekriegt. Nein. Nein. Boah. Der Heft, der denkt, dass er den Richtig ist, wie ich sagen würde. So, ich weiß, dass ich weiter tanken. Oh, ich sehe die Wand. Bam, bam, bam. Wieso kommt der Roboter? Oh, der Händler-Krepper. Ich habe das ein Künstler. Nein, ich mache den Richtig zu Schaden. Alter, wie der Künstler. Oh, ich habe keine Huni mehr. Und die Kassier-Torch. Häng Sie her. Look out for that Sentry-Torch-Torch. Das hat er viel gebracht. Störb, Dex. Störb, Dex. Störb. Nein. Irgendwie so Gestahlfäuste. Ich habe die Kassier-Torch. Ich habe die Kassier-Torch. Okay, wir haben den Dex. Zwei Dex zu tun, zwei Dex zu tun. Oh, das ist nur ein bisschen Huni. Ich sehe meine Kika. Ja. Es läuft viel besser. Ich brauche trotzdem mehr Huni. Hier war echt wieder Kassier-Torch. Also, wie die Happys einfach an das Loch anfallen. Wirklich? Ja, ich bringe die Autobahn noch ein. Bater, die ist ein Lebensmoment. Die Bombe ist wieder beim Start. Jedes Mal schaffen wir es. Klar, ich dachte, es war eine gute Bombe. Alter, was macht der denn? Da kommt nicht mal was. Hör! Das ist aber wie oben? Wie oben ist die Bombe? Nein! Oh shit! Nein! Nein! Heavy wäre schon sehr gemeldet? Bruder hat mich gescharrt, aber ich kann nichts machen. Wieso schießt du denn irgendwann? Ähm... Hier ist eben ein Roboter angeflogen gekommen. Was ist das denn? Oh crap, das ist klar. Da kam ein Richtführer. Ich dachte, ich sollte noch viel zu machen. Ich drehe hier alles. BAM! Der Riesene Stern, der Riesene Stern. Der Riesene Stern. Der Riesene Stern. Der Riesene Stern. Oh, jetzt ist er fertig. Der Riesene Stern. 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 Wieso reicht der Riesene Stern? Nein, nein, nein. Ich mache einfach mehr Schaden. Ach, das ist immer gut. Okay, es kommen zwei Mega Medics. Oh, ne, alles ist geläftet. Also, zwei. Wir waren mal mehr. Tja, okay. Und da liegen jetzt überall die Kürbisbomben. Das ist gut. Jetzt ist es mal gut. Na, komm, ich gehe durch den Teleporter. Wenn ich nicht irgendeine Kacke geportet werde... Rüttelstum ist gut. Los, Jungs! Was ist das? Können wir alle fertig sein? Ja, nicht fertig. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Hier, so. Ein Kвинisch. Toll, wo ist eine Engine hier mit seinen Teleporter? Du musst den ganzen Weg dahin latschen, oder? Fünf, vier, drei, zwei... So, okay. Inner players is ready. So, das ist richtig. Also, äh, Leute, halten jetzt irgendwas... ...zu verbessern hab... Haut das einfach in die Kommentare und auch sonst diese Fragen oder irgendwas in der Art. Ähm... Und... Jaja... Eine Frage... Schlagt mir immer schon vor, was soll ich 50 Abonnenten sprechen machen? Ähm... Ui... Ja... Der Heavy kommt glaub ich hier hoch. Tja... Wo ist der Medic denn? Ich brauche den Medic. Oh... Oh crap... Oha der Tank... Die Tanks hacken... Also äh... Die Heavis... Die Heavis... Ja die Heavis braucht den Ultra zu schaden und stecken alles weg. Oh die sind ultra schnell! Die Medi... Ja... Ups... Leute... WTF? Leute ich bin so riesig... Ich bin so riesig... Ich bin so riesig... Ich bin Roboter! Was das ist? Wieso bist du ein Roboter? Keine Ahnung... Ich wurde von einem gefühlt jetzt nicht Roboter! Ja du bist der Täter! Ja... Ich bin ein Lieblings! Halt eine geile Stasse! Wirklich? Ja bin ich! Ich bin so riesig... Ich bin so riesig... Ich habe einen gefühlt jetzt... Hallo... Hallo! Ich bin der hier! Mit diesem... Hallo... Tschüss! Das ist ein neues Date! Das war geil! Der Wreck hat man geht... Ich habe keine Dämposition! Er ist Borgfattender, finde ich mir... ich habe noch gewonnen, ich bin doch Roboter. Jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Doch, bin ich immer noch. Deswegen sind doch alle einfach verschwunden auf einmal, weil die alle jetzt im Roboter-Team sind. Wie heißt das denn? Ich kann nicht spectaten, ich bin nicht drin, möchte ich noch nicht wieder Roboter werden. Oh ne, ich kann nicht ins Roboter-Team wechseln. Ja, du kannst nicht mehr Roboter-Team wechseln. Ja, du kannst nicht mehr Roboter-Team wechseln. Fülle! Du musst dir übrigens was tun, brauchst du noch an. Du brauchst noch an. Das kostet. Geht übrigens los. Verschiedenes. Ja, ja, ich weiß. Der Medik steht auch abgabend, um der Engineer kein Armus denn machen. Wir haben noch einen Medik, der Medik hat den Kürung im Griff, Fähig. Aber wie seid ihr einfach ins Geheimdienst hingekommen? Oh Hacker Ey, ich bin... ich bin verkleid irgendwie Ich glaube ich will mich nicht verraten, dass wieder so ein D-Moment kommen Und den werden ich dann steuern Ich werde sagen, ich werde viel lieber so ein D-Moment sein Aber ich hätte es nicht viel cooler als diese D-Moment D-Moment, ja D-Moment Das verkleid mir doch mal Ich werde nicht mehr essen Da war ein D-Moment Mann, irgendwer muss erstmal... es müssen 5 Leute in Team Red sein Damit man in Team Team join kann Was ist denn Crap? Noch 2 Leute müssen joinen Ja, einer Nein, ich will auch Ich auch Ich verkehle dich Der heißt du dich, du bist da Ach was Du bist doch nicht klar für dich Jetzt weiß ich was du hast Du hast den Auferer Das sorgt für einen Wapp oder Gruppengeschwindigkeit Ach toll, ich wollte nur grad durchlesen, jetzt ist weg cool, du bist ja Du bist doch ganz klar für dich Ich bin ja ich bin ja bei dir Du bist doch nicht Dann MAGA Und dich gibst dass blöde Es ist oder Ja, er ist Schmeckt mal hier einen blöden Kackhoch-Team. Wer singt hier? Sanitäter! 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 Was dringt eigentlich, äh, was ist der Eroberer? Ja, wo ich ja ganz vorlesen, dann war's weg. Ne, ich hab' die Blöden. Warte! Luftball! Abschied! Weiter! So, vier, plus vier Regenerations pro Sekunde für Träger. Sorgt für einen Buff der Gruppengeschwindigkeit und unter Einfluss kommt verursachter Schaden als Heilung zurück. Du schaden, äh, äh, äh... Du willst mal Regenerations pro Sekunde oder was einfach stärker? Du schaden erhöht sich die Wut. Und was ist Wut? Das ist halt irgendwie so ne Spezialattack. Ready! Here we come! Ja, es geht einfach schon los! Vielleicht mal da! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Du! So, wenn dann da die Roboter kommen, dann baller ich da einfach mal richtig hart rein mit meiner Spezialattacke. Nee, das kannst du verwenden, dann wirst du stärker. Du hast mehr Generationen und alles. Oh, Trap, der kommt ja auch von dahin. Nee, ich hab durchgehend zu den Generationen. Ich meine diese Auflage. Was?! Was?! Nein, ein Slauter! Nein! Nein! Doch, es gibt einen. Oh, sieh! Ich mach mal einen Medic, vielleicht macht der Medic ja mal so. Wie kann man einen Hut einsetzen? Medic, heil mich! Man darf noch mal! Oh, ich hatte einen Blut. Ähm... Halt mich, jetzt halt mich. Wie schnell hat er mich? Medic, wo bist du hin, Medic? Ui, nicht Medic. Oh, einfach. Hab ich wieder verloren. Sniper! Oh! Oh, danke Medic! Danke! Medic ist unvertrungen. Der macht immer Schaden, halt. Doch, der hat mich schon. Ich hab's überhaupt noch gebraucht. Ja, der hat noch gebraucht. Wunderschön! Wunderschön! Medic! Ne, Medic! Wunderschön! Wunderschön! Oh, ne, schau mal. Oh! Oh, mein Gott, das ist krass! Oh, mein Gott, das ist krass! Oh, ich hab einen Begriff! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, ich hab den Begriff! Oh, dann nehme ich da auch nicht die Plüe, oder nehme ich den... Keine Ahnung, wie nehmt ihr das? Oh Mann, oh ich kann nicht ins blaue Team. Ja, da auch nicht, weil ich stehe auch nicht drauf, hier war halt drüber. Ähm... Nehmen wir halt hier den Soldier. Nein, das ist... Ähm... Ich nehme jetzt den da. Das gehen wir. Ich muss den alle Sachen mit dem Sooo Ich muss nichts nehmen, die rüber nach vorne Nein, ich halte nicht. Das ist übrigens kein Wachstum, das macht jeder normale Spieler. Ich habe auch nicht gesagt, dass es ein Wachstum ist, nie! Gibt es etwas, dieses, was da rum an das Lens wieder, was gibt es schon, das was wir jetzt nicht gesagt haben. Heavy Girl, einfach um in die Munition zu klauen. Kinder wollen auch nicht weggehen. Ich werde wirklich Bombe, ach was, ich bin schon bei der Bombe. Oh, ich habe jetzt den Aim-Bot, na klar, wo kommt der Endspiel hier, warum ist der einfach da hier? Gut, das war ein Spieler, Crusher, der ist üppig geschafft, das andere nicht zu kommen. Okay, einer ist so. Ja, hier ist es genau, was ist der, der nicht zu kommen. Ja, was ist der, der nicht zu kommen? Oh, ich bin schon bei der Bombe! Oh, ich bin schon bei der Bombe schon wieder hinterher. Oh, ich bin schon bei der Bombe schon wieder zurückgegangen! Oh, ich bin schon wieder weggegangen! Oh, wirklich schon wieder weggegangen! Neeiiiin! Ich weiß, wie Crusher das schafft. Wie? Das war eigentlich die doch nicht. Du bist jetzt nicht im gegenwärtslichen Team, oder? Lol, der hat den Freiheitsstab. Denn der hat das gleiche Set wie du, wo das eine andere Raketenwürfe und der hat den Freiheitsstab. Ich bin hier immer ein. So, ich hab mir jetzt so ein kleines Mietfeld eingelegt. Wenn dann da jemand reinläuft, wird das lustig. Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Ich bin in dem gegenwärtslichen Team, ich bin heavy! Boom! Boom! Ich klebe einfach hier zum Balle euch ab! Hä, wie hast du das geschaut? Unwohl geil! Ich hab dich gekillt! Wie schafft man das? Sag mal! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach komm! Das geht im Moment eh nicht! Nein! Nein, sag mal! Das geht im Moment nicht! Sag einfach mal! Was war ich denn vorhin? Wer hat eigentlich die Bombe? Jemand ins blaue Team. Oh nein, irgendwer hat mich angefißt! Was ist das? Oh Gott! Gibt's eigentlich noch Lakes irgendwie? Würde ich den reisen? Das ist mein Freund mit dir Hallo! Hallo! Ich höre ein guter Namenschein von der tiefen Petrolgebomb! Oh, ich bin los! Oh, ich bin los! Nein, einfach, du küsst mich nicht genau hier! Sag mal! Nö! Bitte! Das geht nicht! Nein, komm, sag einfach! Ich lege sie nach der Runde! Bitte! Danke, Schade! Sanitäter! 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 Oder? Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Sanitäter! Ah, ne! Doch nicht! Sanitäter! Los! All dem Abschied von der Welt! Sanitäter! Ich bin bereit! Nein, sag mal! Wie geht das? Das ist übrigens ja dein Hinweis, ne? Wo ist das unendliche Loch? Ayut, bist du dir sicher, dass das so ist? Dass man das so kann? Ich weiß es nicht! Rechts nehmen wir aber auch eins noch! Warning! Überall! Und das hat nicht geklappt! Okay, komm, ich sag's! Du geh auf Punkt! Ja! Hast du Punkt gewonnen? Dann geh auf Zuschauer! Okay! Du musst warten, bis es losgeht! Aber das Problem ist, dass jetzt so wenig Spieler in Rot sind! Das heißt, es wird nicht klappen! Weil alle... Es ist herausgefunden! Ja! Das wird lustig! Okay! Wie man ins... Machen wir uns alle kurz! Das heißt, es wird nicht klappen! Wie man ins gegnerische Team kommt bei MVM! Ja! Ja! Musst du nur warten? Fünf! Vier! Drei! Ich... Waffe! Vier! Das kann ich jetzt wohl nicht noch aussehen! Wieso? Hörst du die Musik auch doppelt? Nö! Ich hör sie doppelt! So, und jetzt drückst du E! Oh nee! E! Ho! Nee, es geht nicht! Zu wenig Spieler im Ding jetzt! Manger Team! Ne ey! Jetzt kommen aber alle wieder rein! Oh nee! Ich spanne jetzt die. Oh, warte, bis ich wieder reingehe. Komm, einer muss doch noch reingehen. Es sind alle gestorben. Ich gehe jetzt auch alle zusammen. Bist du heavy? Nein. Okay. Okay. Warte. Das ist weg. Ja! Welche bist du, welche bist du? Du bleibst mal spät. Ich gehe rum. Ich verfolge dich, ich bin hinter dir. Spring mal. Spring mal. Ja, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Hallo. Du hast jetzt noch dies? Ich bin hinter dir. Du hast es nicht. 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 Oh, du hast es nicht. Oh, du hast es nicht. Du hast es nicht. Du hast es nicht. Hast du es nicht. Ja. Und trotzdem steht da, wenn du die Schei-Tür habe. So was krieg ich jetzt einfach von dir? Dreimal mit dem Auro? Dann bin ich einfach still. Ne. Ich drücke E. Ich spamme jetzt E. Du musst erstmal warten bevor du losgehst. Ok Leute. Karte wechseln? Alles klar. Ok. Ja Leute. So geht das. So geht das. Ihr müsst... Ich mach das Tutorial. Gebt dem 20 Millionen Abonnenten und mir auch. Und dann geh auf zuschauen und dann baselt ihr bis losgehen und dann sagt ihr E. Aber da müssen 5 Spieler im Team Rot sein. Und dann, wenn ihr das geschafft habt, seid ihr Roboter und ihr seid... Die Obermoboter. Warte mal. Wir probieren das. Das müssen wir cutten. Ich stehe mal vor, man will tanken oder so. Das wäre übelst krass. Dann kann man den Tanker ausprobieren und so lo 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 lo. Vor mal lösen. Ich glaub aber nicht, dass das geht. Ne. Man kriegt ja die Klasse, die man vorher war. Ne. Doch. Ich war nicht heavy. Ich war aber... Ich war aber der Demoman. Ja, das kommt wahrscheinlich manchmal einfach, wenn du lang hast. Ja, egal. Ähm. Das ist ne Downloadmap. Das kann sich jetzt ein bisschen länger dauern, denk mal. Oh ne. Bitte keine Musik. Bitte keine Musik. Und keine Währung. Keine Scheiße. Und auch kein Film. Ohne mehr kenne ich. Ohne mehr kenne ich. Kommt da Musik? Äh. Ich würd ganz schön überspringen. Okay. Also. Schritt die Kopfhörer runter. Ne. Also über mir kam nix. Kam nix. Okay. Ähm. Wer die Klassen nimmst du? Ja. Ich bin Roboter. Haha. Ich hab mich grade... Ja, jetzt sind noch 3 im anderen Team. Ja, egal. Wir kommen gleich bestimmt alle wieder zurück. Es sind 4. Es ist aber unfair wie sonst was. Sein Paul, der Dieter gegen gewinnen. Keine Ahnung. Ich will das nicht mal in der Roboter sagen. Aber das ist ne kleine Map. Nee, die hab ich groß. Ich kenn die Map. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja, man muss es sehen, du könntest nicht beitreten. Nein! Weil es nicht fünf Leute sind. Die wurden alle direkt East getrackt. Ja, echt. Die können nicht mehr was gegen Sieg... äh, gegen... äh... Ja! Ich bin Roboter, ich bin Roboter, ich bin Roboter. Ich bin was, was ich kann. Ich schlägt Fenster. Ich hab's schwer. Oh, was passiert hier? Oh, was passiert hier? Oh, was passiert hier? Oh, was passiert hier? Das war seltsam. Wenn es gleich los geht? Man, das passiert hier, wir können ihn einfach zuschauen. Mhm. Dann sehen wir, ja, die nehmen, äh, Demo, Demo und Helden. Und Schreiber. Ha! Haben wir gesagt, Leute, das ist das Tutorial, wie man ins Roboter-Team setzt. Nein, ich weiß nicht, was sie hier in den Zammets... Los, verdammt noch mal! Wir dürfen das Video ja auch nicht zu lange machen. Ja, ja. Nur eine Runde. Wir dürfen das nicht gehen. Komm, startet doch! Ich... Ich... Jetzt geht's los! Fünf... ...vier... ...zwei... ...zwei... ...ein... Ja, okay. Tschau, Leute! Tschau!